Naeem Scott, was ist Naeem Scott? Er ist auch ein YouTuber. Aber kann echt sein, dass er mit Edi und so macht. Kann sein, dick, ehrlich. Edi knallt nicht so. Naeem will ihn ja auch, maybe, zu erkennen, den bekommen, ne? Ist nicht unmöglich, ne? Wär auch geil. Wär auch sehr unterhaltsam. Bro, this donor better be so good. Yeah, very good. Like, my whole chat was like spamming donor, donor, donor. Doner is the best food in Germany. Chill. Ja, da hat er 100% recht. Bester Ort für Döner ist Berlin. Und Döner ist schon krass, muss man sagen. Ehrlich, richtig guter Gemüse-Döner? Schon crazy. Ja, it's crazy. Er sagt best food in Germany. Schon das beliebteste Essen. Ja, deswegen sag ich Schmackssache. Ich sag chill, weil ich bin da nicht dabei. Ja, aber es ist das beliebteste. Das ist schon das Beste von Fast Food. Bro, Germany is a funny ass city, bro. Germany is a funny ass city, bro. It's all crazy. You hungry? Bro, I just want to try it. Everybody keeps spamming try a donor. Yeah, it's very good. I just want to try it, bro. Number Sky, go with him. Naheem Scott, what is Naheem Scott? It's also a YouTuber. Oh, also a YouTuber? Yeah. By German city. I like to try it on him. Bye.